Der Safety-Koffer half Norris zu seinem ersten Grand Prix-Sieg. Esteban Ocon lieferte sich einen Mega-Fight mit seinem Ex-Team-Kollegen. Und, was soll ich sagen, Kevin Magnussen hat erneut viel Ärger bekommen. Ich blicke mit euch auf alles, was relevant war. Es gibt viel Gesprächsthema zum großen Preis von Miami. Also, ob mir gern kostenlos, das Läumchen oben da und wir sehen uns nach der Intro. Wir fangen mal direkt beim Start an. Und, was soll ich sagen? Ja, der lief eigentlich ziemlich gut. Max Verstappen ist gut weggekommen. Dahinter, ihr seht schon, da wurde es ziemlich kritisch mit Sergio Perez. Denn, der hat da geglaubt, er kann den Torpedo machen. Ist auch beinahe, es war 0,5 cm, ist er da nicht in das Heck von Max Verstappen reingekracht. Ich glaube, das wäre sein frühzeitiges Karriere-Einde gewesen. Da bin ich mir fast sicher. Zumindest hätte man ihn da bei Red Bull ordentlich sanktioniert. Und, ja, dadurch sind dann auch die Ferraris wieder durchgeschlüpft. Und, was soll ich sagen? Norris ist ja eigentlich nur vom fünften Platz gestartet. Aber ich wusste, dass da mehr drin ist. Denn die Pace war einfach ein Wahnsinn. Schon bei dem Sprint war das echt sensatisch. Okay, beim Sprint hat man nicht viel gesehen. Aber auch schon beim Qualifying war das ganz eng. Und hier sehen wir das Ganze noch einmal. Huch! Da war mal kurz so, leben für eine Sekunde vorbei. Verstappen konnte sich aber auch von Beginn an nicht gerade richtig absetzen. Er ist zwar schon vor den Ferraris gefahren. Piastri hat sich vor den Sainzi gehockt. Und ist auch dann später noch an Leclerc vorbeigegangen. Das ist aber noch wichtig, weil wir noch ein bisschen über Piastri reden müssen. Dann weiterhin. Hier sehen wir das Ganze auch. Also der Abstand von Verstappen war nie richtig groß. Das war eigentlich... Ja, ist mir eigentlich auch aufgefallen. Es waren immer nur diese zwei Sekunden, dass er gerade so nicht im D-Res ist. Dann mit einem späten Move hat sich tatsächlich Piastri an Leclerc vorbeigearbeitet. Und das in einer sehr frühen Phase. Das war echt sehr stark. Obwohl ich die McLaren nicht im Top Speed habe. Also ich glaube nicht, dass die einen tollen Top Speed haben. Ja, auch Hamilton musste sich durchs Feld kämpfen. Durch das eher mittelmäßige Qualifying und auch seiner blöden Reifenwahl. Also er ist mit Weiss gestartet. Hat sich aber auch dann zum Ende hin als eine sehr gute Entscheidung rauskristallisiert. Ist er dann endlich mal in Hülkenberg nach einem Hiru und Rot. Ist er endlich mal vorbeigekommen. In Runde 10. Dann was ist das? 18? 18. Was soll ich sagen? Hier haben wir dann schon einmal so ein bisschen Vorgeschmack bekommen von der Pace von Landon Norris. Das war mal gegen Sergio Pérez. Da hat er aber auch lange gebraucht, bis er dran war. Und wie er dann dran war, ist er auch direkt vorbeigekommen. Pérez hat es dann in der 18. Runde in die Box gezogen schon. Pit Window war glaube ich auch 17 bis 21 oder so. Also ganz okay. Und das war glaube ich auch so ein Moment, das so ein bisschen den Wendepunkt des Rennens gebracht hat. Denn Verstappen hat in Mickey Mouse Sektor 3 diesen Pylone niedergefahren. An und für sich kaum Redewert. Das ist Gummi. Das ist elastisch. Da kann nicht viel sein. Aber angeblich hat er sich laut Christian Horner hier den Unterboden beschädigt. Und das signifikant. Verstappen allerdings hat unmittelbar nach diesen Berührungen oder ein, zwei Runden danach gesagt, es ist alles wie beim Walten. Ich merke keinen Unterschied. Und das ist dann interessant. Also ist es jetzt ein Schaden gewesen oder war er dann doch nicht so sehr von Relevanz, wie Horner das Ganze hochspielt? Ja, musste dann VSC geben, was ich cool fand. Aber die Renn-Stewards haben VSC gegeben, aber erst ab dem Moment, wo die Spitzengruppe schon vorbei war bei der Boxeneinfahrt. Also um keinen einen Vorteil dadurch zu geben und schon gar nicht Verstappen, der diese ganze VSC-Phase ausgelöst hat. Das war wirklich eine tolle, tolle Sache von Nils Wittig. Denn das sieht man nicht so oft, dass sich die Rennleitung auch dahingehend Gedanken macht. Ja, auch Verstappen kam dann rein, verlor die Führung an Landon Norris. Der ist draußen geblieben, noch immer noch. Und dann wurde es ganz heikel, denn es gab einen Crash zwischen Kevin Magnussen und zwischen Logan Sargent, das auch das Aus für Sargent besiegelte. Aber das viel Wichtigere in diesem Crash war mal, dass eine 10-Sekunden-Strafe erneut gegen Kevin Magnussen gab. Das war zu diesem Zeitpunkt schon die 35-Sekunden-Strafe, dass es unfassbar war. Und im Zuge dessen gab es auch nochmal erneut zwei Strafpunkte. Das heißt, Magnussen steht jetzt schon bei 10 Strafpunkten. Zwei noch und er ist ein Rennen gesperrt und er ist noch weit davon entfernt, dass einer gelöscht wird. Denn er hatte wirklich erst unmittelbar die letzten paar Rennen eingesammelt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Denn man hat Hür und Trott gemacht, man wusste jetzt nicht genau, hat auch ein bisschen länger gezögert, um das Safety-Caros zu holen. Und ab diesem Moment habe ich leider kaum Bilder. Aber Bernd Meiländer, ich muss mich jetzt mal kurz zurücklehnen, Bernd Meiländer hat es ein bisschen verkackt, muss man sagen. Beziehungsweise ein Beifahrer, der ihm das sagen muss, wo er hinfahren muss. Denn er sammelt ja normalerweise den Führenden ein. Aber er hat sich ein bisschen vertan. Und natürlich ist es Gewohnheit, dass Verstappen der Führende ist, aber er hat Verstappen eben gesammelt und eben nicht den in Führung liegenden Landon Norris. Der hat seinen Vorsprung bis auf fast 40 Sekunden ausbauen können, bis er dann in die Box gefahren ist und Verstappen und der Rest musste hinter dem Safety-Car nachher duckerzen. Quasi war das eigentlich ein Freifahrtschein für Norris. Ohne diesen Safety-Car-Fehler wäre Norris irgendwo im Mittelfeld rausgekommen. Sagen wir mal so Fünfter, Sechster, vielleicht auch ein bisschen weiter vorne, je nachdem wie schnell die unter diesem Delta gefahren werden. Aber nie im Leben wäre der vor Max Verstappen rausgekommen. Und ja, gesagt, getan. Man hat dann wieder ein bisschen abgewartet. Der Safety-Car hat den richtigen gefunden. Dann ging es los mit dem Restart Verstappen. Also alle waren dann auf den frischen Reifen, weil Perez wollte mal noch einmal einen eigentlich tausend IQ-Move machen. Er hatte nach hinten hin genug Zeit, holte sich einen angefahrenen Satz gelber Reifen, aber der hat nicht funktioniert. Jetzt einmal zum Restart. Ja, Kevin Magnussen hier. Nach dem Restart wurde es noch viel interessanter, denn wir hatten auf einmal Landon Norris, der auch den Restart für sich entscheiden konnte. Max Verstappen chancenlos, aber wie gesagt, laut diesem Unterbodenschaden war dann Verstappen 11 kmh langsamer als zuvor. Ich vertraue den Daten mal. Ich habe da jetzt nicht ganz aufgepasst. Ich habe da auch irgendwie kein Pro, kein F1-TV-Pro oder so. Egal. Da wurde es noch einmal sehr spannend zwischen Carlos Sainz und zwischen Oscar Piastri. Es ist der Kampf um den dritten Platz gewesen. Und nein, es war der vierte Platz, sorry. Es war der Kampf um den vierten Platz. Und ja, Sainz geht eigentlich im Mittelsektor vorbei. Piastri ganz, ganz spät zupfte da raus. War beinahe eine Forcing, another drive of the track. Gab die Untersuchung, war aber hartes, faires Racing laut den Stewards. Für mich sah das nächste Bild dann hier so ein bisschen aus wie die Retourkutsche von Carlos Sainz. Der ist nämlich nach dieser langen Geraden ewig auf der Bremse geblieben, nur um dann ganz spät reinzulenken. Und das zugunsten, ja leider zum Leid des Frontflügels von Piastri. Der ist nämlich dann kaputt gewesen und Piastri musste in die Box, da fliegen auch die Teile weg. Das war das Ende jeglicher Chance für Punkte für Piastri. Das tat mir echt leid. Gab auch nachträglich eine drei Sekunden Strafe, nein, eine fünf Sekunden Strafe für, die gibt es auch noch die Strafen tatsächlich, für Carlos Sainz. Aber, ja, verlor dann nur einen Platz gegen Perez und dennoch, auch hier seht ihr das Ganze dann, bevor er noch in die Box gefahren ist, gehen dann links Perez und rechts dann Hamilton auch noch vorbei. Piastri musste dann in die Box gehen und wie gesagt, er fliegt da eigentlich gesamte Bahn zurück und das war eigentlich dann auch das Aus für jegliche Punkte. Einmal zum Schluss gab es da nochmal ein Rochkonzert hier von Alexander Elbon, der aber auch gegen Ricardo sich die Zähne ausgebissen hat und auch angeblich einen Unterboden. Also es war bestätigt vom Teamchef, dass es da auch einen Unterbodenschaden gab, also auch Destring die Performance nicht mehr ganz stimmte. Aber spätestens nach diesem, ja, Verbremse waren eh die Reifen tot und er konnte da jetzt kaum mehr mithalten. Und das waren dann Piastri noch und Yuki und ja, Landon Norris gewinnt das 114. glaube ich in der Formel 1 Geschichte einen Grand Prix und er ist auch so mit der 21. Brite. Ich freue mich sehr für ihn und er trägt sich auch aus dieser Liste wieder aus. Er war ja der Führer der 15 Podien ohne jemals gesiegt zu haben und er dachte auch schon, er beendet seine Karriere noch, nicht mal noch einen Sieg zu holen. Aber das war wirklich das, was sein Rennen und wie ich auch sagte, er ist in der Früh aufgestanden und er wusste, heute ist ein großer Tag und ich freue mich für ihn. Und ich hoffe auch, dass es kein One-Hit-Wonder bleibt. Es sollten eigentlich noch mehr werden. Ja, da haben sie ihn hoch lieben lassen. Einfach nur toll das Ganze, wirklich. Ich habe es ihm von Herzen gegönnt, da haben wir die Top 10. Ja, Perez, wie gesagt, hat dann den Platz gegen Sainz noch geerbt, aber auch Hamilton ist es sich nicht ganz ausgegangen. Nein, UKF 7, eigentlich sehr, sehr underrated. Man hat ihn kaum mitbekommen, aber dennoch mega, mega Job von dem Japaner. Ja, da haben wir das Ganze 2018 noch in der Formel 2 gesiegt und dann sechs Jahre später hat es gedauert, bis dann der erste Sieg in der Formel 1 da war. Ich gratuliere dir echt von Herzen. Das war echt toll. Wir blicken auch noch einmal hier auf die Constructors-Champion, also auf die Team-Championship. Und ja, da ist auf jeden Fall zu sehen, dass Ferrari ordentlich an Pace-Platz gut gemacht hat, obwohl man dieses Wochenende verloren hat. Ist man da jetzt noch immer noch bis heute bei 52 Punkten hinten. Aber McLaren kommt auch in riesen Schritten der Ferrari näher. Also wenn Piastri auch gepunktet hätte, dann wäre es noch knapper gewesen. Mercedes einsam, kämpft so ein bisschen gegen die Erstens. RB ist richtig weit weg von Haas und Alpine. Das überrascht mich unnormal. Und ja, Alpine holt den ersten Punkt mit Esteban Ocon. Das ist auch verdammt wichtig. Somit gibt es jetzt nur noch Williams und Kicksauber, die noch keinen Punkt haben. Aber ich denke mal auch, dass diese Zeit noch kommen wird. Spätestens in Singapur oder auch Monza. Das sind immer so verrückte Rennen. Oder auch dann vielleicht in Brasilien. Wetterbedingungen weiß man ja nie. Da bin ich auch sehr gespannt. Und da haben wir die Fahrerweltmeisterschaft, Landon Norris. Es hat sich eigentlich nichts getan, zum ersten hier. Außer, dass Hamilton ein bisschen auf Alonso aufgeholt hat. Alonso wiederum ein bisschen was an Russell verloren hat. Yuki jetzt in den Top 10 ist mit 14 Punkten. Das freut mich unnormal für ihn. Und auch generell ein starkes Wochenende für die Racing Bulls, muss ich sagen. Und die Top 10, das möchte ich nochmal kurz machen. Das möchte ich zum Schluss machen. Ich bekomme auch noch eine Note. Ja, Leclerc auf 3. Auch so ein bisschen einsam. Punkte gleich Norris und Sainz. Aber ich glaube, wenn Norris so mit dem weiter tut, arbeitet der heute das für ihn 20 Punkte. Und dann ist der Vizeweltmeister. Das traue ich ihm da tatsächlich zu. Und zum Schluss hier noch einmal der Jubelschrei von Landon Norris. Es war ja auch eine mega Stimmung. Die kompletten Tribünen. Also Landon, Landon, Landon. Er hat gefühlt geweint. Und auch dann noch seine Eltern bedankt. Und so sehr, sehr toll. Es ist aber noch Conrad für mich eine klare Eins verdient. Sehr, sehr starkes Wochenende. Für Alpine generell. Das Rennen an sich war unheimlich stark. Fernando Alonso. Das Qualifying war schwach. Im Rennen konnte man das immerhin ein bisschen verbessern. Ich gebe ihm mal eine gut gemeinte 2. Denn ich glaube, ich kenne ihn eigentlich stärker. Ich weiß aber natürlich auch nicht, was mit dem Auto los war. George Russell ist ein bisschen untergegangen. Man hat kaum was gesehen von ihm im Rennen. Er ist auch quasi immer auf der gleichen Position gewesen. Aber auch solide eine 3. Yuki Tsunoda muss man eigentlich sehr, sehr loben. Eine 1. Das war echt ein tolles Wochenende. Hamilton ärgert mich ein bisschen, dass er mit Perez nicht vorbeigekommen ist. Und auch der ein oder andere Move dagegen, den Hülkenberg. Ja, ich gebe ihm mal eine 2. Das war ein okayes Wochenende. Sergio Perez stark. Aber eigentlich zuerst seins. Auch gutes Wochenende. Aber gegen Leclerc abgestunken. Am Anfang wollte er da den Easyway nehmen, indem man ihn da vorbeibinkt. Und auch gegen Piastri dann. Nein, der bekommt eine 4. Das gefällt mir nicht, was der abgezogen hat. Perez, ja. Ich glaube, der Red Bull war dieses Wochenende nicht so stark, als man ihn kennt. Ich glaube, man ist immer noch Top-2-Otto gewesen. Also, das will ich nicht abstreiten. Aber Perez, ja. Das ist eine Entschuldigung. Eine 3. Ja, Leclerc am Podium. Trotz des echt miserablen Starts. Eine 2. Verstappen, glaube ich, hat auch sein Maximum gegeben. Auch zum Schluss dann nochmal probiert. Trotz der 11 kmh. Eine 1. Und natürlich Landon Norris. Für mich eine römische 1. Der hat den besten Grand Prix gefahren. Er hat auch wirklich strategisch gut das abgezogen. Ist natürlich nicht sein Verdienst. Aber dennoch. Für heute war es das mal, Leute. Abonniert gerne den Channel. Und fandet ihr den Sieg verdient. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. In Imola. 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 In Imola.